Ich hab nur zwei Haken, da ist White. Ja, der blubbert auch. Ich höre Dinge. EIN GESCHWÜR! Ich hab auch eins. Vier wurden geworfen, also haben wir sechs. White geht ganz vorbildlich gleich an den Generator. Sehr gut. Finde ich super. Seid ihr jetzt alle an einem Geschmür? Ich hab eins jetzt fertig. Ist das irgendwas mit Herzschlag? Meins ist jetzt auch gleich fertig. Es ist ein Trapper. Oh mein Gott, und der ist blind. Okay, diesmal ist er nicht mehr blind. Ach, hör doch auf! Lass mich doch einfach das fucking Geschmür! Ich bin bei Tim. Okay. Ich wollt grad sagen, ich bin ja nicht davon aus, dass er stirbt, aber ich bin neben ihm. Ach, da bist du ja! Hallo! Hi. Okay, es sind keine Event-Haken. Oh, nein! White macht ein Tote. Da hinten ist mir eins weg. Boah, Glück gehabt. Da hinten ist ein Geschwür. Braucht keins mehr. Brauchst keins mehr. Nein, mir hat grad eben nur einen Millimeter gefehlt, deswegen musste ich jetzt nur einen 1-2 machen. Ah. Sicherer Hackengattung, yeah! Da vorne ist der Killer. Oh. Hinter der Killer hat die ausgesucht. Ne, warte mal, halt mich mal. Ja. Komm einfach zurück, ich bin gleich fertig. Bist du da bist, bin ich fertig. Der Killer ist bei mir dagegen. Ich weiß aber nicht, wohin er geht. Vielen Dank. Ich hoffe, dass ich dich noch weiter heilen soll. Ja, ja, der sieht uns ja nicht. Der läuft jetzt den Generator ab und geht dann in die andere Richtung weg. Oder er kommt direkt zu uns. Nimm ich! Aber er tunnelnet. Du rätst halt jetzt genau in die Richtung von dem Geschwür, wo ich jetzt hin wollte. Äh! Aber Ines, alles gut, alles gut. Ich kann mich gleich befreien. Ich verzeih dir das mal. Ah, ich hab hier auch noch ein Geschwür gefunden. Du verzeihst es mir, dass ich einen Hit für dich genommen habe, oder was? Ich verzeih dir, dass du Richtung Geschwür gerannt bist. Okay. Ich bin einfach viel zu gut. Ja, ich bin auch hier. Ich mach grad schon die Flasche voll, dann hol ich sie. Ah ne, du kannst dich selber befreien, ne? Hat hier ne Falle aufgestellt. Magst du dann mal hierher kommen? Rechts von dir an dem Geschwürweich. Er kommt zurück. Ah, da vorne ist der Sebastian. Da schleicht er durchs hohe Gras. Ja, warte mal. Halt mich schon bitte fern. Okay, ne, 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 alles gut. Klick. Wollte grad fragen, ob ich ihn mir abnehmen, aber... Ne, so leider nicht, ja. Ich geh mal Richtung Sebastian, der halt mich bestimmt. Oh Mann, ich hab keinen Bock direkt am Anfang der Runde schon wieder zu struggling. Ja, ich weiß. Wird noch einfach mal sinnlos mit der Funzel rum, Deiner. Das mit der Funzel hab ich schon halt mal gesehen. So, ich nehm dir jetzt ab, komm. Boah, ich bin grad durch ne... Ich bin in die Falle gelaufen. Und er ist selber reingelaufen. Okay, jetzt. Jetzt hau ab. Was? Was tust du denn da? Äh, ich lieg in der Palette. Okay. Ich lieg in der Palette. Ich bin nahezu weit weg. Der Lesben schliegen. Sebastian, warte, 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 warte. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Warte. Jetzt, 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 jetzt. Go, 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 go. Doch, doch. Nein. Scheiße. Vor allen Dingen. Oh, das nehm ich mal mit. Ah, ja. Den nimmst du mit? Den nehm ich mit. Da wo du hängst? Da wo ich hänge. Da wo ich hänge. Also da wo ich jetzt hier... Ne, er hebt mich auf. Was ist da? Genau da ist leuchtendes Tote. Alles klar. Und er bewacht das. Das heißt, dass, äh, da will er was behalten. Bin bei dem... Bei dem... Was denn? Also rechts von mir ist das. Ja, zwei. Trenn doch weg. Du hättest mich auch einfach heilen können. Äh... Er stellt wieder direkt da vorne. Falle. Voll witzig. Du konntest dabei gerade voll vorbeilaufen. Und er ist einfach reingelaufen. Ja, es gibt. Wenn, 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 wenn du dir als Trapper dumm stellst, funktioniert das halt echt. Weil du breiter bist als ein Survivor. Gibt's Stellen, wo ein Survivor vorbeilaufen kann und die Trapper dann... Aufgezählte Hoffnung! Jetzt wissen wir, was es ist. Ja, und wo ist es? Äh... Direkt hier bei mir. Komm, ich halte dich erstmal schnell. Ja. Den Haken hinter mir und da... So ein bisschen weiter rechts davon an den... Kistenstapel. Okay. Mit ner Falle direkt davor. Alles klar. Du kannst dich selber halten, dann geh ich ans... Ja, ja. Oder schlocken weg. Warte. Noch rafft er mich nicht? Immer noch nicht? Hä, wo ist dieses Totem? Ja. Ich hab den Dwight. Da jetzt so weiter... ...wenn wir in die Richtung. Ja, der hat mich gesehen. Mach du einfach das Totem. Ich nehm mit. Ich koppel mich nur noch selber fertig. Ja, ja. Ach, der hat ja aufgezählte Hoffnung! Oh , oh Okay... Schon wohl jetzt einen Schlag einstecken. Das stradet er mit dem Weg. Aber, ja. Soviel dazu. Ja, der wird jetzt direkt zuwerkrott. Und später mal tot. Na ich hab's noch nicht angefahren, die Falle ist auch noch mal getrankt, oder so wird er wahrscheinlich nicht hingehen. So, schauen wir mal was er hat. Wo ist das Totem? Bei Sebastian. So, der hat Erregung, brutale Stärke, aufgezählte Hoffnung und erstes Connick 2. Die eine Opfergabe war tatsächlich schon Killer. Aber ich habe auch keine geworfen. Ja, ich habe es gesehen, der Dwight hat keine geworfen. Er legt auch echt geschickte Fallen. Ja, das macht er nicht schlecht. Könntest du eine entschärfen? Ja. Du kannst mal gucken, Sebastian, wenn du dich... Eventuell kannst du die Falle sogar... Nee, kannst du an der Stelle nicht. Es gibt so Situationen, als wir uns schon stellen. Ah ja, da kommt er direkt. Okay, den Toten kann ich nicht machen. Oh nein! Da ist immer eine Falle. Ja, aber ich habe sie gerade vorhin schon weggemacht. Ich hätte auch gehofft, dass er sie nicht... Da ist immer eine Falle. Opsalap! Da kommt er immer aus dem Haus. Jetzt liegt er ganz weit. Wo ist er? Ah, da ist er ja! Was macht er? Das ist aber auch meine optimale Stelle für so eine Falle für ihn. Ja. Bin ich tot? Ich glaube ja. Okay. Ich glaube ja. Kann ich mich nicht so vielleicht sogar noch selbst befreien? Nein. Wie denn? Du hast doch schon mal gehangen. Echt? Ja. Du hast ja direkt an zu strugglen. Ich habe mich vergessen. Du hast dich schon mal selbst befreit. Zweite hatte ich gesehen. Bleib doch da hoch. Ah, du kamst noch. Oh, du bist doch noch der Typ. Ah, da kommt noch jemand dazu. Wie viel fällt ihr noch? Ein Kumpel von mir. Ines, lass dich mal noch kurz hängen. Ich zutsche mal schnell noch zu Ende. Hallöchen. Ich konnte dir nicht antworten, weil wir noch eine Runde sind. Kein Problem. Hallo. Ach, der Benjamin. Hallo Benjamin. Heute früh nicht antworten, weil ich die Updates erst mal aufrufen lasse. Achso, das ist aber vorbildlich, dass du das gleich machst. Christian, wenn du mich nicht holst, bin ich tot. So. Setzt du mich gerade hier psychisch unter Druck? Ja? Machst du das? Nein. Niemals. Würde ich niemals tun. Wer von uns beiden? Ja. 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 Hat mich heute früh etwas unter psychisch unter Druck gesetzt, als er sagte, 5 Gigabyte Update. Ja, oder? Nein, woher? Mann. Das will ich nicht. Geh weg. Hast du dich geheilt? Ah. Ich muss jetzt aber echt noch dieses Zutsche-Ding finden. Äh, da stehen auch definitiv noch welche rum. Der zwei habe ich jetzt schon fertig ausgelaufen. Ausgelaufen. Den haben den. Oh, ich werde gemohrigt. Und ich kann es nicht mal sehen. Oh. Stimmt. Aufgezerrte Hoffnung ist ja hier. Aufgezerrte Hoffnung. Ganz genau. Und ich kann es nicht mal angucken, weil die Mauer im Weg war. Oh nein. Wie gemein. Ja, ich meine, wenn ich schon getötet werde, würde ich das auch sehen. Äh, Sebastian, denk dran, dass er Nurse's Calling hat, ne? Und dich jetzt gesehen hat. Ja. Der heißt ja dran, da. Eigentlich. Das ist Tim. Das bin ich. So, ich fände es doch ganz klassisch. Bitte was? Warte mal, du bist voll leise. Ich höre dich gerade nicht. Muss ich auch mal lauter stellen. So, da ist er ja. Oh, Benjamin. Hautstärke. So, wird sie nicht besser? Viel besser. Sehr gut. Ah, freiwickeln. Ist ja mal voll drin. Das ist der Warten. Ja. Noch schöner wäre jetzt so eine geile Luke. Das wäre jetzt mal was, ne? So wie vorhin. Ähm, Benjamin, habe ich dich schon auf Steam? Was hast du mich? Habe ich dich schon auf Steam? Ich glaube nicht. Da ist noch ein Suchling. Wie heißt du denn? Oh, warte. Weiß ich nicht. Äh, in Zeit. Da ist die Luke. Da ist die Luke. Oh. Dann lässt er dich raus. Das ist lieb. Äh, Endzeit in Klammern. Ein großes D ist da drin. Achso, doch. Ich habe die schon. Hier. Ja, gut. Ich muss das mal dazu schreiben. GG. Oh, ein Twitcher. Ein, ein, ein Streamer. Aha, der hat noch eine Falle mehr dabei. Genau, ich bin schon drin. Du hast es nur zum Spiel eingeladen, gell? Ich bin echt eingeladen, ja. Überlebender Nektarflasch. So, was ist denn anders? Irgendwie, du musst lutschen. Also, äh. Okay. Zutzen, zutzen. Besser? Finger auszutzen. Du wirst sehen, welche Dinger gemeint sind. Geschwüre. Dieses verstörte Schwein. Nee, wie lange fahrt ihr denn? Das ist mein Sound, mein Kabel. Ich glaube, mein Boxenkabel spielt rum. Wie lange fahrt man? Wir fahrt man? Wir haben jetzt, äh, sechs Opfergaben. Jeweils 4000 Punkte. Das sind schon 24.000 Punkte. Für nix. Einfach nur dafür, dass sie, dass sie Geschwüre ausgelutschen. Vier Opfergaben. Naja, ich kann aber nur... Plus zwei sind sechs Geschwüre. Ich kann jetzt eins so weit auszischen, dass, äh, noch nicht mal ganz der Begriff Ernte da abgebildet ist. Ah, okay. Und das mach ich jetzt weiter. Hat sich echt gelohnt. Also ich habe jetzt zwei von den Dingern, äh, neben dem Haus. Ich bin schon dran. Ist eine Hexe. Ist gleich leer. Och nö. Hexe. Mit Ruinen. Ganz klasse. Ganz klasse. Samperger Schlachter. Ups. Ah. Falsche Seite von Lette geworfen. Ja, warum machst du sowas? Das bringt dir überhaupt nix. Ähm, wir haben heute schon mehrmals festgestellt, dass ich es anscheinend offensichtlich mag, wenn ich als erstes hänge, ne Sebastian? Ja, sie hat jetzt extra da angefangen, ne Liste zu führen. Falle vor mir. Ah ja, stimmt. Das muss ich noch ergänzen. Das ist heute schon das dritte Mal, dass ich als erstes hänge. Wobei, das hält sich ja noch in Grenzen heute, ne? Bist du eine Hexe, die hier aus einer Waldorfschule kommt, hä? Die meint ja nur. So, komm, ein Geschwür noch. Also meine Mutter war auch eine Zeit lang in der Waldorfschule. Ich habe das Totum gefunden. Ich will Killer mal direkt. Ich will das Ding vollkriegen. Oh mein Gott, die kommt jetzt zu mir. Ah ja, ich sag doch, geh weg. Du musst schon auf mich hören. Irgendwie gefällt mir ihre linke Brust nicht. Sie sieht so komisch aus. Na, ihre linke Brust, die linke Brust von der Hexe. Achso. Ich finde ja, die passen einfach ganz gut zum Rest ihres Körpers, ihres ansehnlichen Körpers. Findest du. Lässt sie dich da hinzulegen. Ja. Das ist bei mir, ja. Ich bin fast fertig gehalten. Also wenn du jetzt rennst, dann ist sie. Nö, mache ich aus Prinzip nicht. Warte, ich bin gleich da. Ich ernte nur. Oh, ich kriege schon wieder Punkte für das, was ich geworfen habe. Ohne selbst was zu bekommen. Aber nach wie vor muss man Generatoren reparieren, ja. Ja, 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 das ist nur für das Event. Das Problem ist nur die WR Ines. Ja, Sebastian. Das nächste Mal werde ich vor dem Haken stehen. Nein, ich bin. Bringst du sie jetzt etwa, Sebastian? Kleiner Anti-Seed. Ja, das Anti steckt doch schon den Namen. Hi, Benni. Oh. Die hat aber auch die ganzen Dinger voll gemalt. Kommt sie? Ne. Oh, doch, theoretisch schon. Bei mir ist sie nicht mehr. Oh, da ist sie. Jo. Zum Glück ist sie ein wenig blind. Sie sieht in ihrem Alter nicht mehr so gut. Ja, so gut kam die mir jetzt auch nicht vor. Aber ich will das mal nicht zu früh sagen, das kriege ich später wieder auf den Sack. Ich mach gerade ein normales. Achtung, Benni, sie kommt zu dir. Ja, ich versuche jetzt das verfluchte Totum zu machen. Aber bis jetzt hat sie es immer... Cesar. Also jedes hat ein normales gemacht. Ich mach jetzt das verfluchte. Ist bei mir hier. Ich mach jetzt auch noch ein normales. Benni hat ein normales, ein verfluchtes. Dann machen wir fast alle weg. Wenn überhaupt noch. Arons. Ich glaub, die portet sich gerade irgendwo hin. Äh, Benni schleichen bei ihr. Ja, wenn du schleichen, löst du die Fallen dann aus. Boah, wo seid ihr alle? Das ist... Es ist doch sehr unangenehm, die ganze Zeit verletzt, da rum zu rennen. Ähm, ich kann nichts zu mir dozen, wenn du willst. Nee, ich mach hier gerade einen Generator. Ich mach jetzt erstmal fertig. Wie du siehst. Ab, äh... Oh, der Killer ist schon wieder da. Ich hab hier keine Paletten mehr. Das war auf einmal Benni. Ähm, da wo ich lieg, da wo ich lieg, ist noch ein Geschwür. Das ist gut, ich hab mich noch kein einziges abgekriegt. Ich hab meine Flasche schon wieder voll. Das freut mich für dich. Ja, mich freut's auch sehr. Ja, dann mach ich mich mal so auf den Weg zu... Falle rechts von mir. Falle links von mir. Falle hinten links von mir. Also egal von wo ihr kommt, ihr müsst schleichen. Dieser Tafalzirkel. Und noch eine Falle an dem Geschwür, wo ich eben gesagt hab. Ah nee, das ist der Generator, den ich gerade gemacht hab. Nee, die malt aber auch an Geschwüre. Ja, okay. Äh, Ines, genau. Wenn du von da kommst, musst du aufpassen. Ach, Hexe. Entscheidend. Äh, sie kommt, sie kommt. Perflex. Benni, da oben auf dem Bügel. Das sieht echt schön aus. Könnte aber auch fällig sein. Meinst du? Da ist jetzt überall Geschwüre. Ach, Geschwüre. Äh, Fallen. Ja, Geschwüre auch. Ja, ich wollte gerade sagen. So, Ines. Ich glaube, ich habe auch einen Fluchtversuch. Nein. Ich muss eh schwuggeln, wenn du da bist. Vorsicht, sie kommt zu euch. Oh, geil. Alter. Du hast mir eine Meinung. Oh, nein. Komm, 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 komm. Genau, hier ist noch eine Falle. So, Ines, wo bist du? Halten wir schon, bitte. Oh! Ich habe gedacht, die wäre schon ausgelöst. Danke. Nee, ich habe es dir gerade noch gestanden. Jetzt geht sie zu Benni. So. Die Falle ist jetzt auf dem Spiel. Das war alles so geplant. Ich würde Benni gerne holen. Ja, mach doch. Ich bin hier einfach über die Map und löse hier die Kaffee. So, sie malt rechts. Ich guck mal, dass ich den Generator hier weitermache. Und sonst nichts? Doch. Achtung, Ines, Anne, im Generator ist der Falle und da vorne ist der Killer. Äh, vor mir hat sie, glaube ich, nichts gemalt. Egal, trotzdem vouchen. Gut. Da ist von vorhin noch eine. Wenn ihr die nicht ausstellst. Kann ich auch gleich fallen, wenn du willst. Okay. Okay, vielleicht sollten wir doch gehen. Ich habe mal eine Falle mitgenommen. Und noch eine. Ich bin in die andere Richtung weg. Ja. Noch eine. Und noch eine. Danke. Vielen Dank. Ich guck mal, weil sie liegen nicht gefasst. Ari, ihr habt doch alles im Griff. Sieht doch super aus. Hm. Also, gut. Für dich vielleicht schnell so. Wie oft hängst du? Oder hast du da? Roten mal hängst jetzt, glaube ich. Da sind Fallen, Fallen, Fallen überall. Ist der Generator im Haus schon gemacht worden? Hat er niemand gemacht? Nee. Dann gehe ich da jetzt mal hoch. Ich mache mal das Toto. Wie kommt? Wie kommt? Lutschen muss ich nicht? Ups. Wie konnte mir das passieren mit der Falle? Hm. Circa 2,5. 2,5. Um eine Flasche voll zu kriegen. Okay. Und Donkens dann. Gibt es noch irgendwo eine Toto-Ding? Toto-Ding ist hinten bei dem Mähdrescher. In der Ecke. Okay, das ist gut. Ich sehe hier eins am Kuhbaum. Ist noch eins. Okay, super. Dann hole ich mir die gleich mal. Wir spielen noch ein bisschen Funky, Claudette. Ja, das sieht ganz gut aus, was du da machst. Komm mal geradeaus, weiter. Benjamin, kann ich teilen? Ines links von dir ist, äh, das Geschwür. Ich kann mich mal erst zu Ende gerade. Ich bin nämlich fast fertig. Ah, ich habe ein kleines Problem. Es fehlen mir die... Oh, hi, Hexe. Was machst du da? Scheiße, ich hänge an der Wand. Ich hänge an der Wand. Das ist Mist. Das ist... Oh. Oh, das ist doof. Und ich bin gerade, äh... Ach, guck, wir machen erst mal den Generator, wenn ich ihn... Okay. Aber ich brauche dann das Geschwür. Ja, ich auch. Ich brauche das Geschwür hin. Und ich sehe hier noch eins. Ey, von hier oben, links und rechts von dem Kuhbaum ist jeweils ein Geschwür. Sehr gut. Ich brauche nur noch eins. So ein halbes. Ich brauche noch drei. Oh. Das machen wir erst mal gerade zusammen. Generator, das gibt's schon. Meiner ist gleich fertig, das wird dann die letzte. Sehr gut. Äh, Sebastian, wo hängst du denn? Äh, unter dem Keller. Warte, war der Keller ist bei mir? Wo es zwei oder vier Treppen gibt, aber dass ich dann ausgerechnet die Falschen nehmen muss, das war ein bisschen blöd. Killer ist bei mir, ich kann dir gerade nicht helfen. Hui. Fang hin. Ich darf nur nicht nochmal hängen. Die, du sucht hier alle Schränke, ich komme mir gerade absolut nicht weg, es tut mir leid. Alles gut. Wo bist du denn? Oben, im Haus drin. So, Sebastian. Die ist draußen. So, ich struggle. Ja, sorry, Gegner. Ach, da hat sie natürlich ne Falle hingemalt. Und da hat sie noch ne Falle hingemalt. Wenn dieses Fläschchen voll ist, dann brauche ich nicht weiter zuzönen, gell? Richtig. Geht auch gar nicht. Gut, super. Kann mal irgendjemand Sebastian helfen? Ja, ich gucke, dass ich runterkomme. Ist da noch ne Falle? Ja, amtiert ist irgendwo noch was. Schau, wir jetzt einfach rennen. Oh Gott, ich bin da rennen. Genau, sie hat ihn aufgehoben. Ja, jetzt könnt ihr einfach Gas geben. Ich häng aber gleich. Wo seid ihr? Wir kommen jetzt raus, Vorsicht. Hier unten? Äh, die steht aber noch hier bei mir rum. Geht die hier jetzt? Ich seh nichts mehr. Ne, die ist immer noch bei mir. Hier ist auch ein Ausgang, sucht ihr einen anderen Ausgang. Geht einfach an. In meine Blickrichtung links ist der andere Ausgang und hinter mir ist der eine Ausgang. Benjamin, holst du ihn? Da sind tausend Fallen um mich rum. Mach erstmal einen Ausgang auf. Bei Ines, mach nur den Ausgang nicht. Ne, der Killer bleibt hier. Die bleibt hier. Ja, die bleibt hier. Lasst mich sterben. Scheiß auf die Fallen, wo sie da malt. Ich bin fertig. Ich guck jetzt, wo ich den anderen Ausgang finde. Mach den grad auf. Äh, du läufst die falsche Richtung. Echt? Ja. Oh Gott, er ist fast offen. Von dir aus gesehen, hinterm Haus. Ah, okay. Oh, ich bin. Na, alles gut, alles gut. Mein Ziel, die Flasche voll zu trinken ist erreicht. Achtung, Sebastian, der Killer kommt. Ah, ich dachte, sie wäre in Begleitung. Wann hat die diese Falle da hingemalt? Die war doch gerade eben nicht. Die hat da tausend Fallen hingemalt. Oh, das Tutschel-Ding, das ist schon fast her. Problem ist, wir schrennen jetzt hier so mitten in die Karte. Die hat übrigens nöt. Die hat übrigens nöt. Passt auf. Hatte, hatte. Die hat fleißig alles weggemacht. Ah, sehr gut. So, also ich bin tot, geht raus. Du zutzelst noch? Ja, bitte. Ich hab nur ein Ding vollgekriegt. Mit den ganzen Resten. Oh, das hab ich noch bekommen. Das ist schön. Wo ist denn die Hexe? Bist ihr da zufällig? Bei mir. Beim Ausgang. Ja, also der eine Ausgang, den ich gemacht hab, der war auch fast noch offen. Ja, sie läuft gegenüber von dem Ausgang hin. Es sind beide Ausgänge fast offen. Ja, Ines, da hast du ja noch ein bisschen Weg vor dir. Ines, du weißt wohin? Rechts. Ja, genau. Da, wo der Generator ist. Ja. Such nur gerade Zuko oder Tutschel. Dürfte keins mehr da sein. Die waren beide am Abend. Oh, da ist übrigens die Hexe. Oh, da ist das Tor noch zu. Danke, der ist fast offen. Wo bist denn du jetzt? Zum anderen Ausgang. Du springst schon zweimal, oder? Ja, geht raus. Ja, kannst losgehen. Ja, da hat sie jetzt noch nicht gekriegt. Boah. Eigentlich ein Feuler. Genau das, ja. Okay. Oh. Da kommt gleich noch eine Runde.